Ja, Markus Achleitner, Feuerwerk, Feuerwerk auf dem Rasen, Oberösterreich hat endlich wieder nach neun Jahren ein Derby mit dem Lars. Verrücktes Spiel heute, oder? Ein verrücktes Spiel, eine verrückte Saison, auch unter diesen Voraussetzungen. Aber dass das heute so ein Herzschlag-Finale wird, das lässt jedes Fußballerherz hochschlagen. Jetzt gewinnen die da mit 9 zu 0. Ich habe zur Pause gesagt, es gibt eine Sportart, da sagt man alle Neune. Das war eh im Scherz, jetzt schießen die wirklich alle Neun und am Wörter schießen die Sechs. Also es war heute wirklich ein Feiertag für den Fußball in Österreich. Und ich freue mich deswegen so, weil in dieser schwierigen Phase jetzt doch alle miteinander beim Sport ein wenig zurückstellen mussten. Und jetzt sieht man wieder, welche Begeisterung der Sport entfachen kann. Und dass Oberösterreich jetzt zwei wieder in der ersten Liga hat, das freut uns ungemein. Und ich gratuliere den Riedern von Herzen. Es war durchaus verdient in jeder Phase dieser Saison. Alles zusammengefasst in wenigen Sätzen und die ganze Euphorie kommt raus. Herzlichen Dank, Herr Sportlandesrat.